festungen und damit seid gegrüßt bei halo 5 multiplayer nämlich big team an die big team team battle das heißt vier gegen vier und ich hoffe jetzt dass das hier ein bisschen besser klappt und trotzdem ja das könnte jetzt doch wieder was besser werden big team nach mit ihm sei schon wieder team battle bei halo 5 guardians in arena modus ja es ist nicht mit team aber so was eine art nur dass man vier gegen vier spielt ich glaube wir müssen einfach nur festungen einnehmen und ich glaube da kommt ein blauer an unsere festung und das darf nicht passieren und ich hoffe dass es hier dann wesentlich besser klappt für mich genau das ist so was wie sage ich mal wie capture zu der flag ich hoffe dass es besser klappen wird ja wenn man so ausradiert wird wie ich jetzt dann klappt das natürlich nicht da muss ich mich ran halten ganz ehrlich weil ich sehe schon wie andere kollegen da zocken wie gesagt ich muss da reinkommen und ich glaube das wird nichts ich finde immer das mit der granate so ein bisschen doof weil die phase des granaten wurf dauert verdammt lange ich muss mich da wieder also ich muss ich muss da irgendwie gucken dass ich das anders mache denn das kostet viel zeit da muss ich echt entdeckung gehen das habe ich da ein feind gesehen da habe ich einen kopf schuss ja da darf ich mich jetzt nicht erwischen lassen so kommt so was ich euch berichten kann es wird bald ein klein klein update geben für helfe gar hier da gibt es nämlich neue maps neue klamotten und vor allem gibt es den halo 2 kampfgewehr extra für für multiplayer schlacht saugeil freue ich mich ja jetzt schon am meisten war da wollte ich ihn jetzt überraschen da wollte ich ihn jetzt überraschen aber ging doch nicht da gibt es nämlich wirklich dieses kampfgewehr und ich freue mich tierisch trailer sieht richtig geil aus muss man gucken auf diesen halo channel richtig nice was da gibt richtig fett kann ich nur sagen warum klappt das nicht alter ich schieße direkt hat drauf ich hab ihn doch eingeschossen ich finde das fies ich finde das ist jetzt mega fies der ist unsichtbar kollege das finde ich jetzt mega fies und ich treffe ich bin so gut da tut mir voll weh dass ich so schlecht bin ehrlich das tut mir voll weh weil ich nur weiß wie ich da abgegangen bin und jetzt auf einmal ab kacke und ende und die blauen die erobern uns vom feinsten bin ich jetzt alleine was ist los krass ne da glaube ich jetzt nicht hin ich glaube ich zu der anderen stelle hin wir haben die grube eroberten nur ein so jetzt mal gar nicht so wo ich konnte jetzt nicht ausweichen wegen der scheiß man ich werde mich richtig nur die an ich verliere nur einer nach dem anderen geht das finde ich total geil ich werde durchziehen als man ich werde es durchziehen ich werde wir werden kämpfen scheiß der hund drauf ob wir die letzte sind oder nicht das war jetzt doof ich habe noch extra mit meinem controller da wie heißt das denn jetzt sag mal schnell gewendet ja was soll man machen ja das war klar wenn du mich da jetzt triffst ne ja gut bei drei man sowieso aber was willst du machen bin ich jetzt der einzige ne ich finde es lustig wahrscheinlich haben sie einfach nur einen sag ich mal jetzt mal einen einen daily gemacht der würde nicht treffen sag ich doch der würde treffen das war ja sonnenklar aber ich finde es lustig dass ich hier keinen treffen kann die vibrationen stören aber manchmal echt gewaltig ne was ich so geil fand zum beispiel da muss ich aber wirklich division loben zwischen zwei verschiedene modis nämlich das schnelle gucken hier man kann so einstellen wie schnell man so normal guckt und wie normal und wie schnell man im ziel gucken möchte und ich finde das richtig gut dass man diese variante machen kann spiel vorbei niederlage denn das ist von vorteil das ist wirklich von vorteil ja gut waren jetzt zwei mann abschüsse habe ich auch nicht viel gemacht festung habe ich viel erobert 0,3 das heißt wie scheiße ich bin ei 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 ja gut das war wieder nichts ich hoffe irgendwann kommt jetzt endlich mal wo ich mal wirklich einen sieg erzähle ich hoffe dass beim nächsten mal und ich hoffe dass ich mich wieder da irgendwie anstelle deshalb liebe freunde tschuldigung sehen wir uns dann in der nächsten folge zu ach stimme war jetzt weg tschuldigung sehen wir uns in der nächsten folge zu halo 5 guardians online party multiplayer ich hoffe es wird bald wieder wirklich das muss Däumchen hoch nicht vergessen Abo hinterlassen falls euch das so gefällt und sagt mal bitte mal eure meinungen hierzu im thema mit halo neue neues update und vor allem diese schose mit leute hauen einfach ab ich meine ich finde es zum kotzen aber gut wir sehen uns dann in der nächsten folge so 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 Untertitelung des ZDF, 2020